Hallo liebe Kinderartoehrer, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Heute schnitzen wir einen Panda-Beeren, der ganz lustig hin und her wirkt. Dazu braucht ihr nur ein Stück Restholz, einen Stift und entweder ein Multitool, in dem Fall das Laserman Leap für Kinder, beziehungsweise ein Taschenmesser mit großer Klinge und Säge. Bevor wir lossägen, schaut ihr euch auf Bildern einen Panda-Beeren an und dann skizziert ihr ihn mit dem Stift aufs Holz. Wenn wir die Skizze haben, dann nehmen wir entweder vom Multitool oder vom Taschenmesser die Säge und beginnen ganz lustig den Pass zu sägen. Liebe Kinderartoehrer, im nächsten Schritt, nachdem wir jetzt unseren Panda-Beeren ausgesägt haben, schnitzen wir ihn schön rund und vor allen Dingen, dass er schön hin und her wackelt. Und dass jeder selber noch einiges zu tun hat. Mit dem Messer könnt ihr dann die Zwischenräume zwischen den Ohren und vorne bei seinen Pfoten auch rausschnitzen. Dann sieht das ungefähr so aus. So, und ich werde den Burschen jetzt erst einmal hier an den Kanten schön rund schnitzen. Wichtig ist auch immer, Daumen drauf auf die Klinge und dass die Kinder wissen, immer vom Körper die Klinge wegbewegen. Wer möchte, kann mit dem Schleifpapier den Panda-Beeren dann schön abschleifen. Er sieht selber, er wirkt schon ganz lustig. Zum Schluss malen wir mit Wasserfarbe den Panda-Beeren an. Das Schöne an den Burschen ist ja, farblich hat er eher wenig zu bieten, nämlich schwarz und weiß, so wie ganz früher die Fernsehgeräte. Und was ich auch noch sagen wollte, ihr müsst für diese Schnitzerei wirklich in keinen Heimwerkerladen gehen oder noch schlimmer, online irgendein teures Lindenholz bestellen. Da laupt völliges Restholz, das bei jeder Baustelle aus dem Container rausziehen könnt. So, ihr lieben Kinderautor, ihr seht, fertig ist unser lustiger, hin- und herpurzelnder Panda. Einfach zum Schnitzen, die Kinder haben mir Freude dran, ihr sicher auch. Wie gesagt, ihr braucht nur Taschenmesser mit Zerge, ein bisschen Schmirgelpapier, Wasserfarbe und ein Stück Restholz. Und schon könnt ihr auch so ein tolles Panda-Beeren-Schnitzen. Aber wir haben nur viele, viele, viele hundert andere Schnitzideen für euch. Schaut auf Kinderautor.de rein. Es freut mich, wenn ihr das Ganze gut findet und vielleicht liked. Und ihr könnt auch gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr wieder über uns reinschaut. Macht es euch gut, für euch Servus, euer Uli.